Okay, was spielen wir denn heute? Neue Runde, neue Map. Ich bin dafür. Ahoi, Landraten. Wir spielen am ICMP-Ratenbucht. Ich habe ein Glas voll Dreck. Ich habe ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was hat die... Ich bin nicht. Flut, ja, geribig ist das, ne? Ja. Okay. Ja, wir können hier wirklich, wie gesagt, bis zu zwölf Leuten hier in den Runden spielen. Na, wenn jemand das Video sieht und hätte Bock mitzumachen, kann er so ein Runterschreiben. Ja, klar. Können wir machen. Sie können wir nicht in die Runde, warum nicht? So. Ja, das Gute ist, wie ich schon mal gesagt habe, wir spielen ja alle gleichzeitig und nicht nur... Eine nach und nach. Das wäre nämlich ein bisschen langweilig, wenn man auf Dauer... Aber so ist... Ei. Okay. Das war ein bisschen zu... zu forscht. Hörst du da? Nein! Warum gehst du wieder runter, du Scheißkugel? So. Hey, Baby. Fünf Schläge. Wie ne Pausen sind so ein Loch. Ja, ich hoffe, sechs. Scheiße, zwei, dreimal wieder runtergefallen. Okay. Und das bei einem Part zwei. Wir haben, glaube ich, insgesamt jetzt richtig gelesen und 16 Maps oder so. Guck mal, wie ich auf der Kante hier stehen geblieben bin, Gap. Ja, ich hab's schon gesehen. Und genau ins Wasser falle ich. Da kommt noch rein. Da kommt noch rein. Da bist du vielleicht. Doppelboggie. 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 Ich vermute, dass es nicht so viel wird. Hm? Schlecht eigentlich. Haha, hör auf von mir! Du bist zwischen die Scheuerräder durch und ich häng da genau dazwischen. Alter, was? Ernsthaft? In so einem Holzklang? Hm, ich bin an diesem scheiß Holzklang. Birdie! Oh, wie schlecht! Was hast du geschafft? Birdie? Birdie, drei Schläge. Paar. Ha? Ich... Paar wäre vier. Birdies... Nee, du hast dann das Siegel. Birdies doch, glaube ich, einer drüber. Nee, Birdies einer drunter unter Paar. Ach, scheiße. Birdie Paar bogey double bogey. Ja, ich wäre auch unnötig gewesen, wenn ich hier mich runtergefuckt. Du musst ziemlich gerade halten, den Dings. Gerade durch. Dann passt das. Da ist das Boot. Ach, du stehst doch da beschissen. Eigentlich musst du den schon noch... Ja, oder so. Uh, nicht schlecht. Der wäre sogar fast drin gewesen jetzt. Ja, der ist wieder rausgehüpft. Jetzt war er auf der Kante, der ist wieder rausgehüpft. Na, schade. Dann haben wir da auch trotzdem senkt. Haha! Leck mich doch! Geh rein! Bleib bitte umliegen! Nein! Ah! Zu weit! Ich komm nicht raus! Ich komm nicht raus! Ich versuche gerade so die Zeit jetzt gerade. Mist! Schon wieder? Das ist nicht wahr! Du kannst nicht gerade! Oh! Ich weiße... Na, ich weiße. Ah... Ja, ich weiße. Tapi... Der geht fast ja vorbei, ich geh mir knapp drücken, der ist ja bald. Ja. Double-Bogi. Der eine war ein bisschen zu weit rechts, der ist wieder rausgegüpft. Oh, der ist gut, der ist gut, Baby. Ja, ist das bitter. So. Oh, das war der falsche Winkel. Park. Na, die ist jetzt so schwer, die Möp. Bogey. Ich hätte aber auch ein paar geschafft, aber ich habe am Anfang so doll gehauen, dass ich mich direkt zum Start zurückbefördert habe. Ja, der ist nicht schlecht. Oh. Da ist noch eine Lücke in deiner Mitte, Vorsicht. Zwei Schläger, Birdie. Jetzt. Jetzt sind wir gleich auf, Markus. Zwei Schläge. Ja, mich hat es leider beim ersten Schlag genau in die Mitte, da ist nämlich keine Wande. Da hat es mich, ich bin genau drüber gekommen, ich habe Glück, dass ich auch ein bisschen weit genug, weit genug gerollt bin. Ah, sie geht den anderen Weg. Okay, war nicht schlecht. War das ein paar? Ne, einer drüber. Schade. Jawoll. Ja, ich kann mich vorbei an der Kante. Bei mir wird es ein Paar werden. Kev braucht eine harte Kante. Ja, ich wäre auch auf zwei gekommen, wenn ich bis nach links angesetzt hätte. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. All right, all right. All right, okay. Ja, der war nicht viel. Scheiße. Der war zu wenig vor weiter. Oh, 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 ja, komm, 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 ja. Body, drei Schläge. Wie viel? Zwei. Du, Chietes. Guck ich denn da hin? Wo musst du denn da rein? Ich stehe hier unten jetzt. Wo muss ich denn hier weiter? Äh, da hoch? Ich komme von da oben. Ach so, hä? Dann bist du, glaube ich, falsch. Ja, toll, danke für die Info. Die hätte ich auch gerne gehabt. Den hätte ich ein bisschen was früher gehabt. Ah, hier. Jetzt. Genau. Ah, siehst du? Ach, das passiert. Ja, drei war ein paar. Scheiße, ey. Vier Stück verloren. Ja. Ach, das leck mich doch. Da geht's noch da hoch geschafft. Ich nicht. Oh, das. Oh, Mist. Bin ich natürlich genau zwischen den Dingern da gelandet. Und schon wieder. Oh. Das ist fies. Jetzt. Fünfe. Sechs. Vor allem, guck mal, sieh hier. Ganz klammheimlich hier drei Schläge machen wir. Nicht schlecht. Ach, drüber hinaus. Das war zu toll. Cool. Ich komme auch mal zu dir, Kev. Ja. Ich glaube, ich weiß, dass ich da, ne? Ha! 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 Hey, da weißt du, da denkst du, du kommst, sagst du, du bist eine gute Bahn und dann kommst du auch daraus. Ich krieg ein Bogi. Schöne Bande ins Loch. Ja, aber ich bin hinter dem scheiß Holzfasten hängen geblieben. Ja, ja, ja. Ach, guck mal, hier, sieh auch. Ja, guck mal. Ah, fast. Kannst du mal nicht eine Bahn so richtig verkacken? Das kaum eine verkackt mal irgendwie. Ah, da ist noch eine Lücke dazwischen. Mist. Oh, nein! Oh, gut. Double Bogey. Double Bogey. Ah, schade. Die kommt jetzt aber noch mal ganz hinten da. Zwei, das verstehe ich. Die gönnt uns das nicht. Die gleiche Idee hatte ich gerade auch. Ja, du kommst aber nicht. Aber ein bisschen zu weit. Ja, du musst doch nicht gerade lohnen, ne? Jetzt muss ich mich richtig positionieren hier. Äh, muss ich jetzt einen Schlag verbrauchen. Ich dachte, okay, der braucht sich die Hand, ne? Äh, da roll ich wieder ganz nach unten, ey. Ich dachte, du kaffst das durch die scheiß Kanone. Double Bogey. Ja, dann hast du es eigentlich was gewonnen. Ich komme aber nicht, ich komme nicht durch, ey. Wenn ich da schon richtig schade, muss ich nicht wieder so eine Kante drin. Jetzt musst du sagen, der schlägt da durchkommen, Kev. Ja. Das war zu doll. Ich stehe aber wieder genau zu der Ecke hier drin, ne? Es geht aber noch. Du brauchst nur da ein bisschen gegen die Wand und dann in die Kuh rein. Ein bisschen. Ein bisschen zu schwachen. Ey, Schläge, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, nein, ich komme nicht runter. Ach, Mann. Ah, Play Double Boogie. Ah, ich komme nicht wieder. Ah. Sieben Schläge, naja. Na, ich habe sechs, ne, fünf habe ich gehabt. Ich bin immer wieder, weiß ich, bin oben gegen und dann zurückgerollt dann wieder der Hügel runter. Genau wie Baby hier jetzt. Und jetzt wieder, naja, genau so. Das ist mir auch ständig passiert. Das war jetzt aber Pech. Oh, nein, zu weit. Ja, komm, roll noch ein Stück. Ja, 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 ja. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Komm, roll, roll. Ah, was? Oh, nein. Pah. Ich bin genau an diesen, an diesen zwei von diesen Holzdingern hängen geblieben, ey. Ne, ich habe es genau geschafft, da muss halt abwarten. Ich habe auch schon geladen und habe gewartet, bis die beide oben waren und dann da durch. Und dann bist du genau da unten drin. Ja, aber ich bin vor dem Loch, ist doch in der Mitte noch dieses Holzding. Ich habe ihn nicht hängen geblieben. Ja, ich fasse auch, aber ich bin durchgekommen noch. Ich habe sieben Schläge noch. Ich werde mindestens ein Ding mal gewinnen, ey. Ja, der ist nicht schlecht. Nein, zu viel. Der rupft wieder raus, das wäre zweier gewesen. Oh, bei mir auch rausgewünscht. Ja, aber der müsste. Nein, der passt nicht. Auch vier. Ich hatte fast mit zwei gehabt, der springt beim zweiten Schlag wieder raus. Okay. Buddy, danke schön. Nein. Das war jetzt echt Pech, Baby. Oh, genau in die falsche Richtung runtergekullert. Ich dachte schon, wie er hier holzt. Markus ist nicht zu schlag in diesem Spiel gerade. Oh, zu kurz. Verdammt. Ich hab jetzt. Oh. Oh. Oh, das ist gar nichts. Ah Mist Ah, jetzt Oh Na Der war auch nicht schlecht Der erste Ball Der erste Ding Es ging direkt übers Wasser Wenn der nicht da oben liegen geblieben Wäre das Bernie gewesen sogar Der hat jetzt rüberspringen Müssen wir das eine Ding Da bin ich auch zu niedrig Und dann jetzt springen Genau Weiter, weiter, weiter Spring Weiter rein Genau Spring Genau Und dann hast du es eigentlich schon fast Spring Dann geht der Ah nein Der hätte er spielen müssen Jetzt geht es gleich wieder an den Start zurück Ja 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 Das war's für heute. Das ist schade. So. Oh Gott. Oh, guck mal, die Plattform, auf der das Ding steht. Die Flagge. Oh. Ach du Scheiße. Ah, Mist. Willst du da hochkommen? Oh, war fast drin. Na, ich hab's aber fast, heißt nicht, heißt nicht, ne? was ich hier raus ja du musst eigentlich fast ein bisschen schräg ansetzen der kannst du gar nicht fast gar nicht gerade sitzen leck mich doch wieso geht daran nicht rein ich weiß was wir gerade selber ich habe auch alter das wird definitiv ein 14er oder ja das wird ein 14er werden jetzt auch noch rückwärts ins wasser schade ja das heißt schade hätte das hast du ziemlich deutlich gewonnen mal wieder naja schaffen wir das irgendwann an markus nochmal zu besiegen er hat doch heimlich geübt ja natürlich hat er geübt ich hätte wahrscheinlich schon maximale alle gewinnen kann nur naja